tja leute so sieht das aus wenn man in der nachbarschaft eine niva fahrrad ich kann mir auch sonst noch so mühe geben aber der wird trotzdem immer wieder dreckig herzlich willkommen in meinem glätt mobil so sieht es aus wenn man einen niva fahrer in seiner nachbarschaft hat zumindest wenn er so bekloppt ist wie ich alle parkplätze hier sind versaut ich muss ja nächstes mal gucken dass ich den scheiß mal weg mache bevor ich mir noch feinde mache die denken wahrscheinlich eh schon so gott da kommt er wieder mit seiner schlammigen dreckskarre heute ist es aber wieder soweit wir treffen uns heute wieder mit unserer verrückten bande oder auch unser ich sag mal stammtisch kann man hat eigentlich schon sagen wir treffen uns ja regelmäßig und heute ist es halt wie wieder soweit schön grillen ja niva gespräche und ja was man halt auch so treffen halt so hat andere sachen arbeit ja man erzählt sich halt was trinken was antialkoholisches natürlich außer die die vielleicht nicht fahren müssen essen grillen halt und ja man sieht es ja ich habe schon so ein bisschen vielleicht sieht man es ja schon ein bisschen eingepackt hinten gleich wo ich noch den rest stelle den wagen in position die ersten müssten auch bald eintrudeln ich wünsche euch schon mal viel spaß und sag bis gleich den wagen war schon mal um blüchig flauschiges lenkrad schön warte mal jetzt so lange auf die anderen und da kommen sie ja komm die bekloppten sind ja wieder die verrückten hier ja ich habe es gehört ne habe ich leider nicht ja ich habe mich doch schon von da hinten aus hupen gehört was hat der liebe mark denn jetzt hier schon wieder angestellt hier das gibt es doch gar nicht die ganze botanik hier wieder mit nicht die ganze ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Aber kein Grillmacher. Oder Grillmeister. Ha! Da hängt das Ding! Ja, echt mal, ne? Seine Konstruktion hält nicht! Ja, aber wo kommt das jetzt hin? Hier? Man muss das Seil nicht eigentlich an Angerschrümmen. Das muss doch eigentlich... Was ist das denn? Oh Gott! Ja, hier gehört das Haus dran. Ihr seid ja witzig. Neuer Versuch. Ich seh schon, heute gehen alle ohne Essen ins Bett. Ja, das sieht doch schon mal halbwegs gut aus. Guck mal, wir machen alle zum McDonalds geschlossen, ne? Ja, genau! Jetzt haben sie mal einen Grill für uns. Wir haben das Fleisch auch dabei. Können wir mal auflegen? Doch! Guck mal! Das Gewicht muss auch pflegig sein. Ne? Das ist... ich hab nix mehr. Hm. Hängt das hier in die Öse rein. Ja. Ja, komm jetzt. Ja, jetzt kommt er! Wurstwasser! Ja, ist klar! Lecker! Jetzt kommt er an, ne? Ja, jetzt kommt er! Ja! Hieser Hund! So, nachher weiß ich nicht, wer am besten welche Würstchen hat. Er quartiert sich jetzt hier direkt ein. Ja klar! Schön in die Nähe von dem Kartoffel- und dem Nudelsalat. Ja! Wolltest du sie da? Ja! Ja! Ja, dann geh mal gucken! Ja, dann geh mal gucken! Es ist Essen fertig, ich geh mal hin! Wir sehen mal wie gut aus! Auge, das sieht richtig gut aus! Das sieht richtig gut aus! Oh! Alles gut! Dann halte ich die Würstchen gleich fest, ne? Au! Da geht es aber echt flott, ne? So, ich die Würstchen gleich so festhalten mit der Grippe. Jawoll! Genau! Und dann mag hier wieder unser, trust me, ein Engineer! Weißt du, was schön bei dem Ding an ist? Ich zeig dir mal, ist total geil! Man dreht dir jetzt ein bisschen weiter zu. Ich bin nicht! Die schöne Grippzange, ne? Pass mal auf! Jetzt zeig ich mir was ganz geiles! Die Dinger, die kannst du ja richtig schön auf Spannung setzen, ne? Ja! Pass mal auf! Jetzt geht mal hier hin! Und ich guck auch noch, ne? Was macht denn da? Wie die Geier direkt hier! Schmeckt? Und wie schmeckt denn nun der Salat? Wenn du schon so fragst, für Selbstbestätigung, dann schmeckt das scheiße! Ich hab den ja nicht gemacht! Der kommt ja von da! Hier! Hier! Hier schön! Achtmal! Ja, das war es auch schon! Ich hoffe, euch hat mal ein kleiner Einblick gefallen in unser Treffen. So sieht es eigentlich immer aus. Die Location ist ja natürlich eine andere. Diesmal war es auf einem Parkplatz gewesen. Ganz einfach. War trotzdem mega lustig gewesen. Wir sind an die Stelle, wo wir eigentlich hinfahren wollten. Hat es diesmal leider nicht geklappt. Wir sind dann auch danach noch später noch zu uns gefahren. Haben dann auch Lagerfeuer gemacht. Wofür wir auch erst kein Brennholz hatten. Da sind wir noch losgefahren. Noch mit zwei Nivers. Haben noch hinten bei Marc noch alles vollgehauen. Noch mit Brennholz. Und bei mir nicht, weil ich keinen Platz hatte. Naja, auf jeden Fall war auf jeden Fall noch ein mega lustiger Abend. Hat wieder mega Spaß gemacht. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat unser kleiner Einblick gefallen. Und ich sag einfach mal, bis zum nächsten Mal.